Herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit Cheftrainer Friedhelm Funkel vor unserem Auswärtsspiel bei der Hertha. Trainer, dein Statement vor dem Spiel bitte. Die Berliner haben am Sonntag eindrucksvoll in Köln mit 4 zu 0 gewonnen. Wenn sie auch den kleinen Vorteil hatten, die komplette zweite Halbzeit mit einem Mann mehr zu spielen, das haben sie fantastisch ausgenutzt. Die Berliner sind dabei, glaube ich jedenfalls, in die Richtung zu starten. Es ist nicht so einfach, wenn ein neuer Trainer kommt, das von Beginn an alles rund läuft. Das hat man bei der Hertha gesehen, aber in den letzten zwei Spielen haben sie zweimal gewonnen. Das zeigt, dass das Selbstbewusstsein bei der Hertha mit Sicherheit vorhanden sein wird. Das wird aber auch bei uns vorhanden sein. Wir fliegen nicht nach Berlin, um dort ein gutes Spiel zu machen und die Punkte da zu lassen, sondern wir wollen ein gutes Spiel machen und auch punktemäßig nach Möglichkeit aus Berlin etwas mit nach Hause nach Düsseldorf nehmen. Dafür brauchen wir die guten Leistungen, die wir auswärts bisher gezeigt haben, ein bisschen mehr Konzentration und dann sind wir durchaus in der Lage auch in Berlin zu punkten. Ja, vielen Dank. Frieda, ein bisschen. Dann eure Fragen bitte. Wie steht es denn um die Leute, die nach und nach so ins Training zurückgekommen waren? Ich sage mal, Robert Kawaia war ja schon im Kader, Oli Fink, Morales wahrscheinlich noch zu früh. Nein, Alfredo macht auch einen guten Eindruck und Oli macht einen guten Eindruck. Marcel macht einen guten Eindruck. Die waren ja auch alle nicht lange weg. Der Oli war gerade mal zehn Tage weg. Marcel ist ein bisschen länger weg gewesen. Alfredo nach der Verletzung, die er sich im Länderspiel zugezogen hat, auch. Aber die haben ja auch schon ein Stück weit individuell trainiert. Und die sind in einem Zustand, dass sie durchaus in der Lage sind, auch wieder in den Kader zu kommen. Fink und Morales, also Podka war ja schon im Kader. Und wir werden eine schlagkräftige Truppe in Berlin auf den Platz schicken. Wir werden jetzt gerade schon von den Verletzten sprechen. Sie haben es ja auch gestern gesagt, so eine Serie haben Sie selber noch nie erlebt. Man ist ja auf Ursachenforschung gegangen, hat aber nichts gefunden. Hat man denn irgendwas verändert im Vergleich zum vergangenen Jahr? Nein, nein, überhaupt nichts verändert. Das sind Phasen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass diese Verletzungen teilweise dramatisiert werden. Es wird immer vom Muskelfaserriss gesprochen. Wir haben einen einzigen Muskelfaserriss gehabt. Einen klassischen Muskelfaserriss. Und das war von Ampouma, den er sich in Villingen, das konnte man genau sehen, der läuft, der sprintet, fasst sich auf einmal hinten ans Bein, kann kaum noch auftreten. Das ist ein Muskelfaserriss. Alles andere sind keine Muskelfaserrisse. Alles andere ist der heutigen Technik geschuldet. Ja, dadurch, dass durch MRT-Aufnahmen sieht man, dass kleine Fasern in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber wenn man Muskelfaserriss hat, kann man nicht nach acht oder zehn oder zwölf Tagen wieder ins Training einstellen. In früherer Zeit war das nur eine Zerrung. Ganz genau. Ganz genau. Zur damaligen Zeit war das eine Zerrung oder eine Muskelverhärtung oder sonst irgendwas. Trotzdem ist es natürlich zu viel. Überhaupt keine Frage. Aber es ist nicht so schlimm, wie es gemacht wird. Und wir überprüfen uns alle. Das Trainerteam, ich, Physios, Athletiktrainer, das ist im Moment eine Momentaufnahme bei uns. Ich habe es vorher auch noch nie in der Häufigkeit gehabt. Bei anderen Vereinen ist das auch so, dass da auch diagnostiziert wird. Wir haben uns auch mal darüber unterhalten. Wir werden mit Sicherheit in der nächsten Woche haben wir Trainertagungen. Wird dieses Thema mit Sicherheit unter den Trainern auch angesprochen werden. Ich bin mal gespannt, wie das bei den anderen Vereinen dann letztendlich ist. Dann gibt es diese Phasen. Wir haben sie hier bisher noch nicht gehabt in den dreieinhalb Jahren, wo ich da bin. Ich weiß, dass es in Gladbach vor anderthalb Jahren mal auch eine Phase gab, wo so viele Verletzte da waren. Ich meine, in Bremen ist es jetzt so gewesen. Das ist manchmal so und können sie nicht ganz ausschließen. Jetzt steht auch der 500. Spiel an. Gibt es noch eine Torte dann irgendwie vorher, nachher von der Mannschaft? Ganz ehrlich, das ist schon eine tolle Zahl. Überhaupt keine Frage. Aber die interessiert mich im Moment relativ wenig. Wir konzentrieren uns alle darauf, ein vernünftiges, gutes Spiel mit einem guten Ergebnis in Berlin. Und das ist für mich nur eine Randerscheinung. Trotzdem nochmal zurück, wir haben darüber gesprochen. Können Sie noch sagen, was Ihr erstes Spiel war? Wann und gegen wen? Ja, mein erstes Bundesligaspiel als Trainer war gegen Hertha BSC Berlin. Gegen Hertha BSC Berlin. Ja, genau. Gegen Hertha. Da haben wir 2-2 gespielt in der Gruppenburg. Das war der 33. Spieltag. Da bin ich für Timo Konitzka eingesprungen, der beurlaubt worden ist. Und das zweite Spiel war dann in Bayern. Ich glaube, da haben wir auch 2-2 gespielt. Da standen sie aber schon als Meister fest. Also das waren meine ersten beiden Spiele überhaupt als Trainer. Und dann auch als erstiger Trainer. Im bezahlten Fußball als Trainer. Jetzt zurückblicken, was war das für ein Gefühl, zum ersten Mal an der Seitenlinie bei einem Bundesligaspiel zu stehen? Ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich nicht, ob ich dann auch das erste Spiel in der neuen Saison als Cheftrainer machen will. Ich war Co-Trainer, bin eingesprungen und da ist einem schon sehr viel durch den Kopf gegangen. Man war nervös. Man war vielleicht auch noch ein bisschen hektisch. Vielleicht habe ich das auf die Mannschaft übertragen, weil wir haben 12 Meter verschossen. Holger Fach einer. Mein Bruder hat einen verschossen. Darum haben wir nur 2-2 gespielt. Ich weiß es nicht. Aber es war natürlich schon ein schönes Gefühl. In der Grotenburg dann, wo ich alles als Spieler erlebt habe, was man erleben kann. Als Co-Trainer dann ein paar Spiele und dann sofort Cheftrainer zu sein. Das war schon ein tolles Gefühl. Wenn auch ein bisschen Angst, ein bisschen Nervosität und so weiter. Alles was dazukommt, wenn man irgendwann mal irgendwann das erste Mal irgendwas macht. Das ist ja in vielen Bereichen so. Und dass ich dann heute immer noch an der Linie stehe, das hätte ich damals natürlich nicht gedacht. Jetzt haben Sie in Ihrer Karriere öfter schon die Situation gehabt, dass eine Ihrer Mannschaft eine gute Leistung abruft und sich dafür vielleicht nicht genügend belohnt. Was machen Sie denn anders jetzt, vielleicht als Sie es früher gemacht haben in solchen Phasen? Ich gehe vielleicht mit der Situation ruhiger, gelassener, erfahrener um. Weil ich weiß, dass all das, was in dieser Saison auf uns zukommt, völlig normal ist. Ich mache mich nicht mehr verrückt. Ich werde nicht mehr hektisch. Ich weiß, dass wir Phasen haben werden, wo es sehr kritisch werden kann. Ich weiß aber auch, dass wir aus diesen Phasen herauskommen können, wenn wir weiterhin... Und so weit sind wir noch nicht. Ich habe ja eben gesagt, wir sind selbstbewusst und wir haben überhaupt keine Veranlassung, um irgendwas anderes zu glauben oder so. Aber ich weiß, dass die Situationen auch noch anders werden können. Ich hoffe, dass wir es schaffen, punktemäßig in den nächsten Spielen auch wieder so zu punkten, dass wir da, wo wir jetzt stehen, in etwa bleiben werden. Es kann aber auch mal sein, dass du 16., 17., 18. bist. Das ist alles im Laufe einer Saison möglich. Gerade für uns, gerade für die Fortuna aus Düsseldorf. Und das muss man wissen. Und da darf man nicht zurückdenken an das letzte Jahr. Das wäre der erste Fehler. Das machen einige schon. Das merkst du. Ja, aber letztes Jahr ist vorbei. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Wir haben dieses Jahr 34 megaschwere Spiele vor uns. Wir haben Situationen vor der Brust, wo wir wieder davon überzeugt sein müssen, dass wir das gemeinschaftlich hinkriegen. Und da bin ich eben anders als früher. Da habe ich viel hinterfragt und war dann auch damals noch vielleicht ein Stück weit nervöser. Wusste nicht genau, wie die jeweiligen Situationen, was daraus entsteht. Was passiert da? Was passiert da? Was passiert da? Heute weiß ich das. Kann mich im Vorfeld im Grunde schon auf gewisse Dinge vorbereiten. Das konnte ich früher nicht. Und deswegen bin ich ja auch in allen Gesprächen, in allen, was weiß ich, wo auch immer, ob hier auf der Kamera oder was sehr, sehr gelassen. Und ohne irgendeine Situation zu verharmlosen, das mache ich mit Sicherheit nicht. Also ich weiß genau, was, wann, wo, wie passieren kann. Und ich glaube, dass das ein großer Vorteil nicht nur für mich, sondern für den gesamten Verein ist. Würden Sie denn sagen, dass Sie jetzt der beste Friedhelm Funkel aller Zeiten sind? Also die beste Phase Ihrer Karriere haben, weil Sie dieses Wissen haben, was vielleicht früher nicht so da war? Ja, ob es jetzt der beste ist, ist auf jeden Fall ein guter Friedhelm Funkel. Das auf jeden Fall. Ja, und ich habe auch früher Phasen gehabt, wo es gut lief, wo es nicht gut lief, wo das war, wo das war. Das hat man, wenn man 500 Erstligaspiele, dabei bleibt es ja nicht. Ich habe ja auch 400 Zweitligaspiele oder rund 400 Zweitligaspiele. Da kommen Sie auf 900 Spiele als Trainer. Also wenn Sie dann noch nicht wissen, was Sie machen sollen, ja, dann wären Sie nicht so lange Trainer geblieben. Das ist auch ganz klar. Ja, also ich weiß schon genau, was ich mache und wie ich einzelne Situationen angehe, ob das hier in der Mannschaft oder was weiß ich, wo auch immer ist. Und ich glaube, dass das sehr wichtig war für die letzten dreieinhalb Jahre, die ich hier bei der Fortuna bin. Sie wirken aber auch ein bisschen lockerer nach außen, wenn man das noch vor 10, 15 Jahren vergleicht. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ja, so verbissen, wie ich vor der Kamera dann am Spielfeldrand aussehe, bin ich natürlich nicht. Aber das ist wieder eine andere Situation. Da bist du angespannt, da musst du reagieren. Dann guckst du, was das eine oder andere vielleicht passieren kann oder so. Aber auch da bin ich anders geworden als früher. Auch das muss ich, das stimmt, das stimmt. Wenn Sie genau wissen, was Sie machen, was machen Sie denn momentan mit Ihrer Mannschaft? Ja, ich ändere nichts an meinem Verhalten. Ich ändere nichts an den Trainingsabläufen, weil ich weiß, dass das richtig ist. Es wird immer wieder punktuelle Veränderungen innerhalb der Mannschaft geben, um auch Reizpunkte zu setzen. Ja, kann auch der eine oder andere mal aus der Mannschaft kommen, obwohl er gut gespielt hat. Auch das wisst ihr ja. Das mache ich seit dreieinhalb Jahren. Das mache ich jetzt auch weiterhin. Und einfach Ruhe ausstrahlen und die Mannschaft auf gewisse Situationen vorzubereiten. Das habe ich schon vor der Saison gemacht. Das habe ich auch im letzten Jahr gemacht. Und das mache ich jetzt auch, weil ich weiß, was alles passieren wird. Jetzt ist bei den Ausfällen ausgerechnet gehäuft Leute dabei, Außenspieler, die auch Defensivqualitäten haben. Denken wir jetzt an den Jean Zimmerner einerseits, den Markus Suttner oder auch Komlanski, der ja auch gut nach hinten gearbeitet hat zuletzt. Hat das irgendwie Einfluss auf die Gesamttaktik, dass sie dann versuchen, weil sie jetzt ja nur noch Offensivleute außen haben, da ein bisschen mehr Sicherung in ein anderer Spiel einzubringen? Nö, wir haben ja auf jeder Seite noch zwei gute Defensivspieler. Ich habe aber auch schon einige Male mit vier Defensivspielern auf den Seiten gespielt und wir haben es trotzdem gut nach vorne gemacht. Jetzt kann man davon ausgehen, dass das eine oder andere natürlich grundsätzlich ein bisschen kompakter stehen wird. Das ist durchaus möglich. Ich muss mir noch überlegen, wem ich es zutraue, von Anfang an in Berlin zu spielen. Von denen, die in den letzten Wochen nicht von Anfang an gespielt haben, da weiß ich es noch nicht ganz genau. Und dann werden wir sehen, wie wir es in Berlin machen. Der Nico Wieselmann ist ja ein bisschen in die Kritik geraten. Durch Defensivfehler, wie auch immer, auch im Netz liest man da viel. A, wie geht der da selber mit um und B, wie gehen Sie mit ihm um? Haben Sie da jetzt auch die Woche mehr mit ihm gesprochen als sonst und gesagt immer, mach einfach so weiter, versuche aber irgendwie... Bei Nico, bei Nico, bei Nico. Ja, alles was im Netz steht, dürfen Sie nicht so ernst nehmen. Ja, das ist einfach so, das ist in der heutigen Zeit so nochmals. Ich guck da, hab da noch nicht einmal in meinem Leben reingeguckt. Ja, war für der Nico. Und das mach ich nicht, weil dort ist viel Emotionales und nicht Durchdachtes und ja, man macht für die... Man ist Fan von der Fortuna oftmals natürlich und man will immer das Beste und dann schießt man schon mal über das Ziel heraus. Aber das muss man wissen. Das muss man wissen. Und wie gesagt, ich habe mit Nico darüber gesprochen, dass er nach wie vor mein Vertrauen hat. Ja, das habe ich nach dem Gladbach-Spiel gemacht, also schon vor einiger Zeit, weil ich weiß, dass der Nico ein sehr zuverlässiger Spieler für unsere Mannschaft ist. Dass er Leidenschaft zeigt, dass er in ein paar Situationen unglücklich aussieht, überhaupt keine Frage. Ja, das muss er wieder versuchen abzustellen. Irgendwo habe ich gelesen, ich habe das gestern irgendwo gesagt, dass er für das Tor verantwortlich gemacht wird, für den Ausgleich hier von Freiburg. Er ist der letzte Spieler in der Kette, der das hätte möglicherweise verhindern können. Der Fehler war irgendwo anders. Das Tor kann man ihm überhaupt nicht angreifen, überhaupt nicht. Dass das andere natürlich anders sehen, da soll er sich nicht drüber aufregen und sich den Kopf drüber machen. Und wichtig ist, was das Trainerteam ihm sagt, wie er sich zu verhalten hat, was er zu machen hat. Und das macht er. Das hat er jetzt auch nicht selbst verunsichert. Bitte? Sie haben nicht das Gefühl, dass Sie das selbst verunsichert oder so? Nein, nein, überhaupt nicht. Er spürt die hundertprozentige Rückendecken vom Team, vom Trainerteam. Und das allein ist entscheidend. Ich muss nochmal auf die Außen zurück. Weil Sie sagten, Sie hätten ja auch noch Leute im Außen mit Defensivqualität. Da fallen wir jetzt Gledl und Contento ein. Er ist noch nicht so weit, von Anfang an zu spielen. Er ist für das Momentum, für den Augenblick, für eine gewisse Situation mit Sicherheit in der Lage, uns kurzfristig in einem Spiel vielleicht zu helfen. Aber insgesamt fehlt da noch einiges. Das habe ich ihm auch. Das ist jetzt vielleicht zwei Wochen her. Da habe ich mit ihm ein Gespräch gehabt, habe ihm das dann auch nochmal so gesagt. Er ist ein Musterprofi. Ein Musterprofi. Er macht alles, um wieder heranzukommen. Er weiß auch, dass das ein oder andere auf Bundesligerniveau einfach noch fehlt. Das weiß er. Da arbeitet er dran. Und dann wollen wir schauen, wie das in den nächsten Wochen und Monaten wird. Das war auch ein super Gespräch mit ihm. Er hat das auch sehr positiv aufgenommen. Und er arbeitet weiter. Und da fehlt noch was. Aber das ist auch normal. Er hat zwei Jahre lang kein Spiel gemacht. Zwei Jahre lang. Und wie er aber versucht, schon in der Phase der Reha wieder zurückzukommen, das beeindruckt mich. Das ist Professionalität. Das muss man einfach sagen. Freuen Sie sich auch ein bisschen wieder mit Doni Lukabakio? Ja, natürlich. Ich freue mich in der Regel zu 99,9 Prozent auf Spieler, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Aber bei ihm besonders. Ja, weil das ein besonderer Typ war. Ja, mit dem konntest du lachen. Mit dem, über den hast du dich aufgeregt, über den hast du dich geärgert. Ja, aber unterm Strich hat er immer mit seinem Lächeln alles wettgemacht. Ja, wenn er sein Lächeln gezeigt hat, da warst du... Ja, da warst du nicht mehr Sau. Na, dann hat er sich selbst, hat er selbst mich als Trainer mitgenommen. Ja, das muss ich sagen. Und ein Stück weit habe ich ihn bestimmt auch mitgenommen. Im Laufe der, im Laufe der Saison. Also das war eine fantastische Zeit. Und die ich in keiner Minute mit Dodi im Grunde müssen möchte. Jetzt kennt ihr natürlich alle Schwächen und Stärken der Portima-Verteidiger. Umgekehrt wird das natürlich auch. Glauben Sie daran, dass Schovic den vielleicht auch deswegen von Anfang an bringen wird? Weil er möglicherweise weiß... Also Dodi ist ein Spieler, der sich in erster Linie um seine Stärken und Schwächen gekümmert hat. Ich glaube nicht, dass er großartig die Schwächen und Stärken der Mitspieler oder der Mannschaft noch weiß von uns. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist nicht negativ gemeint. Sondern so ist der Dodi als Typ. Wenn Sie auf der anderen Seite ein bisschen auf Geschwindigkeit setzen. Man hat ja gesehen, Ampoma und Tech-Betal kamen rein. Waren beide sehr engagiert, auch wirkend selbstbewusst. Wären die jetzt mal eine Alternative? Der Blick des Journalisten und der Blick des Trainers ist immer sehr, sehr häufig ein Stück weit unterschiedlich. Weil ich behaupte jetzt einfach, dass ich noch tiefer als ihr in einen Spieler hineinblicken kann. Und Bewegungsabläufe und sowas. Alles. Weil ich das ja schon 900 Mal gemacht habe. Der eine oder andere mit sich hat auch schon vielleicht 1000 Spiele oder was. Das kann auch sein. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist schon richtig, dass wir Geschwindigkeit brauchen. Und wir werden auch Geschwindigkeit auf dem Platz haben. Können Sie trotzdem so ein bisschen Einblick geben in die taktischen Überlegungen, die Sie haben gegen Hertha? Was müssen wir besonders beachten? Die haben ja auch eine schnelle Außengeschichte. Ja, wir müssen kompakt stehen. Das ist eine Mannschaft, die auch Tempo hat. Die hat sehr viel Tempo. In vorderster Front, aber auch aus der zweiten Reihe mit Klünter und so weiter. Die sehr, sehr viel Tempo haben. Da dürfen wir nicht allzu viele Räume dem Gegner geben. Das ist ja auch ganz klar. Trotzdem werden wir uns natürlich nicht hinten einigeln. Und werden schauen, dass wir die richtige Mischung finden. Aus Kompaktheit, aber dann auch aus Situationen, wo wir auch, wie wir das immer machen. Auch vorne schon mal zustellen. Auch vorne den Gegner attackieren. Oder auch mal auf Konter setzen. Oder Umschaltspiel. Das werden wir machen. Das werden wir versuchen. Und der Ante wird sich seine Gedanken auch darüber machen. Wie das möglicherweise vonstatten geht. Und da kann er sich noch ein paar Gedanken machen. Vielleicht hat er heute Hilfestellung bekommen. Ich weiß nicht so genau. Aber wir haben heute jemanden irgendwo in den Bäumen gesehen. Und als wir dann dort hingegangen sind, hat sich einer sehr schnell auf die Flucht begeben. Ja. Also der muss schon akrobatische Züge gehabt haben, um da überhaupt rüber zu kommen. Über einen gewissen Zaun. Aber jetzt wissen wir, wo die Schwachstelle ist. Und die werden wir jetzt natürlich auch beobachten. Ja. Der überhaupt kommt weg. Sie sagen ja immer, dass die vorige Saison keine Bedeutung mehr hat. Werner haben zweimal verloren gegen Fortuna. Ist das einerseits ein Vorteil von Fortuna oder auch ein Motivations? Nein. Ich glaube, es ist nicht mehr entscheidend, was in der letzten Saison war. Sondern der Ist-Zustand ist entscheidend. Die Berliner spielen etwas anders als Unterpal. Sehr variabel. Auch im Spiel schon mal umgestellt. Sie haben einen Dreieraufbau. Vierer von hinten mit beiden Innenverteidiger. Plus vielleicht den defensiven Mittelfeldspieler. Das machen sie sehr geschickt. Das machen sie aber nicht während dem ganzen Spiel. Dann haben sie sehr offensive Außenspieler. Gehen auch vorne schon mal drauf. Ziehen sich aber auch schon mal zurück. Um selber die Räume zu haben, die sie für ihr Spiel brauchen. Es ist auch eine Mannschaft, die variabel spielt. Und es wird mit Sicherheit ein interessantes Spiel. Haben Sie denn noch Kontakte aus Ihrer Zeit bei Hertha? Gibt es da noch Leute, die Sie kennen? Oder ist das auch alles schon? Nein, nein. Die ganzen verantwortlichen Leute von damals her, 2010, die sind jetzt immer noch da. Und das ist eigentlich für den Verein ein super Zeichen. Ob das Michael Brez ist, mit dem ich ab und zu mal telefoniere. Ob das Werner Gegenbauer als Präsident ist, den ich sehr schätze. Ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt schon Präsident ist. Ich war da. Der war auch schon da. Der ist bestimmt schon über zehn Jahre dort. Das spricht für sehr viel Kontinuität. Auf der Geschäftszelle sind noch die gleichen Leute. Ingo Schiller. Ich glaube, der ist Schatzmeister oder das weiß ich nicht mehr genau. Aber er ist auch schon sehr lange da. Im Trainerstab sind noch ein, zwei Leute, die damals da waren. Der Doktor ist noch der gleiche, der da war. Also die Zeugwarte sind noch die gleichen, die da waren. Also dort ist sehr, sehr viel Kontinuität. Und das wird der Hertha natürlich auch in den nächsten Wochen und Monaten und Jahre mit Sicherheit helfen. Jetzt ist auch noch viel, viel Geld da. Wenn Sie das auch noch richtig anpacken, dann ist es durchaus möglich, dass Hertha in den nächsten Jahren unter die ersten sieben Mannschaften in der Tabelle kommen kann. Ich will das jetzt nicht zu hoch ansetzen, aber nur die ersten sieben. Ich will ja nicht zu viel Druck aufbauen, Mischa. Wie blicken Sie da auf Ihre Zeit zurück? Es war ja ein relativ kurzes Engagement. Ja, es war eine tolle Zeit. Es war eine tolle Zeit. Ich war gern bei Hertha WC, obwohl wir es sehr, sehr schwer gehabt haben. Obwohl wir immer Achtzehnter gewesen sind. Wir sind immer rangekommen, wenn wir auswärts gewonnen haben. Wir haben fünf oder sechs Spiele auswärts gewonnen von acht oder neun. Und da haben wir zu Hause kein Spiel gewonnen. Wir sind dann am vorletzten Spieltag, als wir in Leverkusen unentschieden gespielt haben, abgestiegen. Und trotzdem habe ich immer die Rückendeckung dieser Leute gespürt. Und darum sind sie auch schon so lange da. Die haben mich immer mit Respekt behandelt, die handelnden Personen. Und dafür habe ich mich schon einige Male bedankt. Aber was da Werner Gegenbauer und vor allem Michael Breed geleistet haben, mir da immer zur Seite zu stehen, das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Und deswegen freue ich mich immer wieder, diese beiden Leute zu sehen. Sie haben einige Erinnerungen an Olympiastadion logischerweise. Was ist Ihre liebste Erinnerung? Was ist die erste, die Ihnen kommt, wenn Sie an Olympiastadion gehen? Ich habe einige gehabt, auch schon vor 85. Ja, also auch schon vor 85. In den 70er Jahren haben wir da mal gegen Blau-Weiß Berlin gespielt. Mit Uerdingen in dem Aufstiegsjahr, ich glaube das war 77 oder 8, haben wir 4 oder 5-0 gewonnen. Aber das vor 1200 Zuschauern im Olympiastadion, also da haben sie nicht viel gesehen. Das war noch abends. Die hat man dann in der Dunkelheit gar nicht gesehen, auch wenn es flutlich an war. Ja, und die angenehmste Erinnerung ist natürlich klar. 85, erste DTB-Pokalspiel als Spieler gegen Bayern, Pokalsieger geworden. Und das war natürlich das Schönste, was ich hier im Berliner Olympiastadion erlebt habe. Und mit Fußball bis zum 3-Finale? Das war auch toll. Aber wir haben es leider nicht gewonnen, deswegen war es nicht ganz so schön. Mit Frankfurt war ja auch im Pokalfinale, auch in Berlin. Und alle drei gegen Bayern. Da hätte man leichtere Gegner sein können. Er hätte vielleicht zweimal gewonnen. So ist es bei einem Mal als Spieler geblieben, zweimal. Es sind immer schöne Momente gewesen, die Pokal-Endspiele in Berlin. Das ist aus meiner Sicht die beste Entscheidung gewesen, die der DFB je getroffen hat. Ja, das Berliner Olympiastadion zum Wembley in Deutschland zu machen. Ja, und das ist ein Event. Das ist ein Festtag in Berlin. Dazu die tolle Stadt, das tolle Stadion. Super. Das ist mein letzter Wunsch als Trainer, da nochmal hinzugucken. Gibt es noch Fragen? Sonst, glaube ich, war das ein perfektes Schlusswort. Dann bedanke ich mich fürs Kommen. Achso, uns begleiten zweieinhalbtausend Portunen ungefähr nach Berlin. Einen? Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020